Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe ja gestern einen kurzen Clip gemacht über den Segen des Zweitgeborenen und möchte euch gerne das auch nochmal am Galaterbrief, anhand vom Galaterbrief zeigen. Ich habe hier Kapitel 4, Galater 4, Abvers 21, schreibt Paulus da hoch, interessante Sachen, die sehr wichtig sind in dem Zusammenhang, möchte ich euch gerne zeigen, möchte aber gerne auch noch was anderes euch zurufen. Ich sage das ganz verkürzt, ja, manche werden das vielleicht kritisieren, versteht bitte, wie ich es meine, um in den Himmel zu kommen, um zu Jesus Christus zu kommen, braucht man nicht so viel zu wissen, wie das, was wir hier behandeln. Da genügt so ein ganz klein bisschen Glauben, ja, ganz klein bisschen Glauben. Und er darf sehr kindlich sein und sehr schlicht und sehr einfach. Und er kennt sich vielleicht nicht in den großen Prophetien der Bibel aus und in den Unterschieden zwischen Dispensationalismen und 70-Jahr-Wochen und Posaunengerichten und all den Dingen und Daniel, die ich hier auch behandle. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist und auch gut ist, dass man das behandelt. Aber um in den Himmel zu kommen, um zu Jesus zu kommen, um nach Hause zu kommen, zu ihm und bei ihm angenommen zu sein, braucht man nur ein ganz klein bisschen Glauben. Man muss nur glauben, dass Gott uns lieb hat, dass er seinen Sohn geschickt hat, dass er für unsere Sünden gestorben ist und dass wir ihm dankbar sein sollen dafür und dass wir ihn dafür lieb haben sollen und auch alle Menschen lieb haben sollen. Das ist schon alles, ja. Das heißt, mehr bedarf es nicht. Ich beschäftige mich trotzdem mit den Themen, gerade mit den Themen Prophetie. Es gibt aber auch andere Themen im Glauben, wie zum Beispiel, es gibt ja auch verschiedene Gaben, ja. Hirten, Evangelisten, Lehrer, manche haben die Gabe des Glaubens. Ja, das sind ganz einfache Menschen, die vielleicht jetzt nicht jeden Sonntag auf der Kanzel stehen oder große Dinge im Reich Gottes tun, die haben den Glauben. Und vielleicht kommt ein Nachbar zu Ihnen und hat eine Frage und Sie können ihm weiterhelfen. Es gibt Leute, die sind weise, die sind lebenserfahren, glaubenserfahren und die können Menschen sehr gut helfen in ihren persönlichen Situationen. Da hat jeder seinen Platz und seine Aufgabe. Und eins darf man nicht vergessen, das ist ein Vers, der gefällt mir sehr, sehr gut in der Bibel. Da steht nämlich in der Bibel, dass die Ersten die Letzten sind und die Letzten die Ersten. Das ist eine meiner Lieblingsverse in der Bibel, ja, weil das für so einen Ausgleich sorgt, weil das so sehr gerecht ist und weil das Gottes Art und Wesen zeigt. Ja, so wie Jesus auch sagte, als diese alte Dame da das letzte Schärflein gibt für den Tempel, da sagt Jesus, die hat mehr gegeben als alle anderen. Weil die anderen haben alle von ihrem Überfluss gegeben, aber sie hat von ihrem Mangel gegeben alles, was sie hatte. So sieht Gott die ganze Sache an. Und so müsst ihr auch bitte die Clips verstehen, wenn wir uns so mit so Detailfragen beschäftigen hier. Daniel und 70. Jahrwoche und 2300 Abende und Morgen und das Standbild im Daniel und die Endzeitreden Jesu und die Wiedergeburt Jerusalems, all diese ganzen Themen, Offenbarungsthemen. Dann versteht das bitte einfach so. Ich glaube, dass das gut ist. Ich glaube, dass das schön ist, auch diese Sachen nachzuvollziehen und zu überprüfen. Eigentlich sind die auch nicht für jemanden, der vielleicht im Glauben erst anfängt. Obwohl ich denke, dass die sehr glaubensstärkend auch sein können. Eigentlich ist das, was für die Leute die Verantwortung haben im Reich Gottes. Die müssen das wissen. Die müssen sich auskennen mit Themen aus dem Talmud, mit jüdischem Denken, mit Heilshaushaltungen, mit dem Dispensationalismus oder der Lehre vom Millennium. Ob die 70. Jahrwo schon war oder nicht. Und die müssen auch eine gewisse Geistsunterscheidung haben. Die brauchen auch eine gewisse Kenntnis im Wort Gottes. So wie ein Automechaniker wissen muss, was eine Beta-Sonde ist beim Katalysator. Oder vielleicht auch weiß, wie man Getriebe auseinanderbaut und wie man sowas einstellt, wie man mit Elektronik umgeht. Muss ich nicht. Ich fahre nur Auto. Ich kenne mich da überhaupt nicht mit aus. Und so ist im Glauben eigentlich auch. Deswegen mache ich immer wieder auch mal Clips über Gesetz und Gnade und über den Glauben Abrahams und all diese Sachen, damit ihr seht, dass ich mich nicht nur mit diesen endzeitprophetischen Sachen da auseinandersetze, sondern auch mit ganz normalen Glaubensthemen, die auch für den Alltag wichtig sind zu tun. Das mal vorausgeschickt machen wir mal einen kleinen Ausflug hier in Galater 4. Ich wünsche viel Gewinn und Gottes Hegen meinem Zuschauen. Ja, das ist der Passus, den wir anschauen wollen, hier aus Galater 4. Und zwar dieser letzte Absatz hier, der ist hier überschrieben, Sinnbilder aus dem Gesetz. Ich lese das mal vor. Da steht, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt. Habt ihr das Gesetz nicht gehört? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von der Magd, von der Hagar, den anderen von der Freien, von der Sarah, von seiner Frau. Aber der von der Magd war, also der von Hagar, ist nach dem Fleisch geboren. Nach dem Willen Abrahams. Und Sarah hatte ihn ja darum gefragt, dass er unbedingt einen Sohn braucht. Und dann ist Abraham selber tätig geworden. Der aber von der Freien, der Sohn von der Sarah, der ist durch die Verheißung geboren. Weil Gott dem Abraham versprochen hat, dass er ihm noch einen Sohn geben würde von der Sarah. Die Worte bedeuten etwas. Und jetzt legt Paulus diese Worte aus dem Alten Testament aus. Und zwar geistlich, nach dem Gesetz des Geistes. Das können auch dann nur wiedergeborene Menschen verstehen. Er erklärt hier, denn das sind zwei Testamente, zwei Bündnisse. Altes und Neues Testament. Eins von dem Berge Sinai. Das ist das erste Bündnis. Das zur Knechtschaft gebiert. Nämlich unter das Gesetz. Das unter das Gesetz bringt. Das ist das Gesetz vom Sinai. Welches ist die Hagar? Dafür steht symbolisch die Hagar. Und Hagar hat Ismail geboren. Denn Hagar heißt in Arabien der Berg Sinai. Und kommt überein oder ist dasselbe wie Jerusalem, das zu dieser Zeit ist. Und dienstbar ist mit seinen Kindern. Nämlich dienstbar unter das Gesetz getan. Mit welchen Kindern denn? Mit den Kindern Israels. Aber dass Jerusalem das Droben ist. Das himmlische Jerusalem. Das ist die Freie. Die ist unser aller Mutter. Das ist die Mutter aller derer, die wiedergeboren sind. Die vom Himmel geboren sind. Vom himmlischen Jerusalem. Denn es steht geschrieben. Jetzt zitiert er Jesaja. Sei fröhlich, du Unfruchtbare. Das ist das himmlische Jerusalem. Das hat nämlich über 1500 Jahre nicht geboren. Die du nicht gebierst. Oder andere übersetzen. Die du keine Geburtswehen leidest. Und brich hervor und rufe, die du nicht schwanger bist. Denn die Einsame hat viel mehr Kinder, denn die den Mann hat. Das bedeutet eigentlich die Einsame. Nämlich das himmlische Jerusalem hat viel mehr Kinder als die, die den Mann hat, als das irdische Jerusalem. Und das wissen wir auch, weil nämlich das himmlische Jerusalem in den letzten 2000 Jahren in der ganzen Welt seine Frucht gebracht hat. Zu Beginn in Israel und dann unter den Völkern der Welt und am Ende auch wieder in Israel. Aber Christen, ich sage das mal etwas verkürzt, ja. Christen, Menschen, die an Christus glauben, hat es viel mehr gegeben als Juden, ja. Als die, die von dem irdischen Jerusalem herkommen. Wir aber, liebe Brüder, sind wie Isaac. Wir sind wie Isaac nach der Verheißung Kinder. Denn Gott hat verheißen, dass Zion wiedergeboren wird. Dass die ganze Schöpfung in Wehen liegen wird, ja. Während der Gemeindezeit. Wir sind Kinder der Verheißung. Wir sind wie Isaac. Aber gleich wie zu der Zeit, der nach dem Fleisch geboren war, nämlich Ismael, verfolgte den, der nach dem Geist geboren war, nämlich Isaac, so geht es auch jetzt. Das heißt, diese Verse von Abrahams beiden Söhnen, die deutet Paulus und er deutet sie im neutestamentlichen Sinn. Und er sagt, das sind zwei Bündnisse, das sind zwei Testamente. Diese Worte bedeuten etwas. Dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd, der nach dem Fleisch geboren ist, und einen von der Freien, der durch die Verheißung geboren ist, das sind zwei Bündnisse. Diese Worte haben eine tiefere Bedeutung. Als die im Judentum bislang gedeutet wurden. Nämlich es gibt ein Bündnis vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert. Das ist die Haga. Und es gibt ein zweites Bündnis. Das ist das Jerusalem, das droben ist. Das ist die Freie. Und diese Freie, die ist unsere Allermutter. Wir sind zur Freiheit berufen. Das ist das Gesetz des Geistes. Das ist das Gesetz Christi. Das ist das Gesetz der Freiheit, wie Jakobus sagt. Paulus macht also genau dasselbe, wie wir auch in dem vorigen Video gemacht haben. Und er deutet darauf hin, dass Ismael ein Bild ist auf das irdische Israel. Und Isaak ein Bild ist auf das himmlische Israel oder das himmlische Jerusalem. Während Ismael ein Bild ist auf das irdische Jerusalem, das zu dieser Zeit ist und dienstbar ist. Diese Worte sind Dynamit. Und die waren hochgefährlich für den Paulus. Denn Paulus sagt ja, dass das eine Bündnis, das ist vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist die Haga. Und dieses Bündnis, das zur Knechtschaft gebiert, das ist das Jerusalem, das zu dieser Zeit ist und dienstbar ist mit seinen Kindern unter das Gesetz getan. Da haben jetzt die Juden folgendes gesagt. Paulus, du bist ja total durcheinander, du bist total verwirrt. Die Segensfolge geht auch Abraham, Isaak, Jakob und nicht Abraham, Ismael, Jakob. Das, was du sagst, ist falsch. Und wir können dir das auch im Alten Testament genau zeigen. Da stehen nämlich die ganzen Genealogien auch drin. Da wird auch ganz deutlich gezeigt, dass der Segen über Isaak geht und über Isaak zu Jakob. Und von Jakob dann zu den zwölf Stämmen Israels. Und dann ist ja Israel ein Nachkomme Isaaks. Das ist aber eine rein irdische Betrachtung. Das ist eine irdische Genealogie, die die Bibel uns zeigt und die Juden diesen Versen zumessen. Paulus sagt aber etwas ganz anderes. Paulus sagt, dass diese Worte eine tiefere Bedeutung haben. Denn das sind zwei Bündnisse. Eins vom Berg Sinai zur Knechtschaft und eins von dem himmlischen Jerusalem in die Freiheit. Das ist das Alte Testament, das unter dem Gesetz war, so wie auch Jesus kam und von einer Jungfrau geboren wurde und unter das Gesetz getan wurde. Galater 1. Und es gibt ein neues Testament, ein neues Bündnis, das unter der Gnade ist. Das von dem himmlischen Jerusalem geboren ist. Das Jerusalem, das Drogen ist. Das ist die Freie und die ist unser aller Mutter. Und wir, die wir an Jesus Christus glauben, wir sind Isaak. Wir sind Isaak nach der Verheißung, Kinder. Das heißt, Paulus macht hier eine komplett neue Heilsordnung auf. Und die hat vor 2000 Jahren schon heftigsten Widerstand erlebt. Genauso heftig, wie das heute zum Teil ist, wenn wir die Bibel lesen und uns auf diese geistlichen Zusammenhänge verlassen und nicht auf irgendwelche irdischen Zusammenhänge, wo auch heute noch viele sagen, wir müssen das Gesetz halten, wir müssen den Sabbat halten. Oder es gibt bestimmte Stämme Israels, die jetzt europäische Länder symbolisieren. Das ist irdisch, das ist ein irdisches Denken. Paulus sagt hier, Ismael ist nicht der Islam. Viele Christen sagen auch, Ismael wäre der Islam. Und dann gucken sie die Nachkommen von Ismael an in der Völkertafel da im Alten Testament und gehen davon aus, dass Ismael ein Bild wäre für den Islam. Das sagt Paulus aber nicht. Ismael ist der Sohn der Hagar. Und Hagar, sagt Paulus, ist der Berg Sinai. Und deswegen ist Ismael ein Bild auf das Jerusalem, das zu dieser Zeit ist und dienstbar ist mit seinen Kindern. Ismael ist ein Bild auf das Israel unter Gesetz, auf das Israel des Alten Testamentes. Und wir, die wir glauben an Jesus Christus, wir sind geboren von dem Jerusalem, das droben ist. Und das ist die Freie und die ist unser aller Mutter. Und wir, die wir an Jesus glauben, wir sind Isaac. Damit nehme ich natürlich jetzt Israel seine komplette Abstammung weg, auf die sie ja so stolz auch sind. Aber eigentlich tue ich das nicht, sondern Paulus tut das hier in diesem Kapitel Sinnbilder aus dem Gesetz, die er hier ableitet, wenn er sagt, diese Worte bedeuten etwas. Das sind zwei Testamente. Das mache ich nicht, das macht Paulus. Wir sind Isaac und Ismael ist das irdische Jerusalem, das unter das Gesetz getan ist. Denn diese Worte aus dem Alten Testament haben eine tiefere Bedeutung als nur eine rein irdische, genealogische, ethnische. Es geht um eine geistliche Abstammung. Es geht um diese beiden Bündnisse. Wir aber, liebe Brüder, sind Isaac nach der Verheißung Kinder. Und jetzt wendet er das an und spricht von der Verfolgung der Christen, der Urgemeinde, durch die Juden. Und er sagt, gleich wie zu der Zeit, der nach dem Fleisch geboren war, nämlich Ismael, verfolgte den, der nach dem Geist geboren war, nämlich Isaac. Genauso geht es auch jetzt. So wie die Juden die Urgemeinde, die Gemeinde Jesu verfolgt haben, sagt er, das könnt ihr schon sehen im Alten Testament, so hat auch Ismael den Isaac verfolgt und so hat auch Esau Jakob verfolgt. Und so sind immer wieder auch diese geistlichen Linien des Neuen Testaments im Alten Testament zu finden. Wir lesen das Alte Testament aber nicht irdisch gesinnt und nach den Buchstaben, sondern wir verstehen das Alte Testament nach dem Geist. Und wir verstehen, dass diese Worte etwas bedeuten, nämlich etwas Tiefergehendes als das, was augenscheinlich dort ist. Und dann sagt Paulus noch, aber was spricht die Schrift? Stoßt die Magd hinaus mit ihrem Sohn. Wer ist denn die Magd? Haga. Haga ist die Magd. Und ihr Sohn ist Ismael. Und wer ist Ismael in diesem Bild, in dieser geistlichen Auslegung? Israel. Denn der Magdsohn Ismael, respektive das alttestamentliche Volk Israel, soll nicht erben mit dem Sohn der Freien, wird nicht erben mit der Gemeinde. Denn Israel hat eine irdische Verheißung, aber die Gemeinde Jesu hat eine himmlische Verheißung. Denn sie ist geboren von dem Jerusalem, das Drogen ist, das die Freie ist. Und die ist unser aller Mutter. So sind wir nun, liebe Brüder, dass die Schlussfolgerung daraus, nicht der Magdkinder, wir sind nicht von Haga, wir sind nicht vom irdischen Israel, nicht vom irdischen Jerusalem, das zu dieser Zeit unter Gesetz getan ist. Wir sind nun, liebe Brüder, nicht die Knechtischen, nicht unter Gesetz getan, sondern wir sind Kinder der Freien. Wir sind nicht der Magdkinder, sondern Kinder der Freien, des Freien Jerusalems, des Jerusalems, das droben ist. Und deswegen ist unsere Berufung auch im Himmel. Deswegen ist unser Bürgerrecht im Himmel. Deswegen wird es eine Entrückung geben. Deswegen warten wir vom Himmel her auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir verstehen und erkennen, dass wir das Alte Testament lesen nach dem Licht, das Gott uns durch seinen Geist gegeben hat. Und das in einer ganz neuen Art und Weise verstehen, die für die Juden natürlich ärgerlich ist, weil wir ihnen komplett ihr Erbe nehmen und ihre Verheißungen nehmen. Und mit dem Alten Testament, mit ihrem, mit ihrer Bibel ihnen zeigen können und auch zeigen, dass die Magd, nämlich Jerusalem, das irdische Jerusalem, das Jesus nicht gewollt hat, hinausgestoßen wird mit ihrem Sohn, mit den ungläubigen Juden. Denn der Magdsohn soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Und wir sind, liebe Brüder, nicht der Magdkinder, sondern der Freien. Und zu dieser Freiheit hat uns Gott berufen. In dieser Freiheit werden wir bestehen, frei vom Gesetz, aber gebunden mit allem, was wir haben und sind, an unseren Herrn Jesus Christus. Weil wir von neuem geboren sind, orientieren wir uns nicht mehr am toten Buchstaben, sondern wir verstehen diesen toten Buchstaben durch den Geist, der uns gegeben ist und haben, weil wir von neuem geboren sind, auch Anteil an der himmlischen Welt. Und verstehen dieses Wort, sogar das Wort des Alten Testamentes durch Gottes Geist und finden überall im Alten Testament neutestamentliche Aussagen. Alles, was im Neuen Testament steht, ist im Alten Testament schon angelegt, aber nicht so, wie die Juden meinen, sondern im Geist und in Wahrheit. Und um dieses Testament, dieses Alte Testament, sogar das Gesetz oder sogar zurückgehend bis in 1. Mose, wirklich verstehen zu können, braucht man Gottes Geist. Und es ist ein großer Segen, dass wir die Schriften von Paulus haben. Deswegen war es eigentlich auch ein großer Segen, dass Paulus zeitweise mal eingesperrt war, weil der Mann dann einfach Zeit hatte, auch Briefe zu schreiben, die uns überliefert sind. Und das Neue Testament ist eigentlich die Auslegung des Alten Testaments. Das ist etwas sehr, sehr Schönes, etwas sehr Feines, zu dem uns Gott in Christus befreit hat. Und davon lassen wir nicht mehr. Egal, wenn uns auch alle möglichen Leute, ob das aus christlichen Kreisen oder aus jüdischen Kreisen ist, uns unter das Gesetz bringen wollen, dann sagen wir, wir haben schon ein Gesetz. Unser Gesetz ist eine Person, eine lebendige Person, nämlich der auferstandene Jesus Christus. Ich wollte euch nur zeigen, dass das, was wir beim letzten Clip angeschaut haben mit den Erben, mit dem Älteren und dem Jüngeren, wo immer der Zweitgeborene den Erben, den Segen ererbt, man hier auch sehen kann in Galater 4. Paulus hat das ausformuliert. Das Alte Testament ist voll davon. Es ist ein großer Segen, den wir haben. Es wird ein großer Segen sein, wenn auch Israel oder Teile Israels das mal erkennen dürfen in der Endzeit, weil Paulus ja auch schreibt im Römerbrief, was anderes wird ihre Annahme sein als Leben aus den Toten. Das ist das Evangelium Jesu Christi, das wir haben. Mit dem möchte ich euch gerne grüßen und euch einen gesegneten Tag wünschen. Bleibt gesund, bleibt zuversichtlich, bleibt frohgemut. Der Herr kommt, alles steht in Gottes Hand. Und auch diese verworrenen Zeiten, die wir jetzt vielleicht haben, dürfen wir aus dem Glauben nehmen und zuversichtlich bleiben. Ich wünsche euch alles Gute dazu. Gottes Segen und bis bald. Gottes Segen und bis bald.